Cool. Jetzt seht ihr mal her, schaut sich da an. Ich um mich auch, film weiter. Bleibst du da, Benni? Hast du noch eine Spannung? Halt noch, aufpassen noch mit der Rute. Aufbleiben. Legst du etwas aus, lass ihn raus. So, und gleich, ich gebe ihm. Schaut nur, dass du Spannung bleibst. Geht's ja aus, geht's ja aus, geht's ja aus. Tolle, dass du niemals eine schöne Aufspannung wirst. Jetzt ist aber auch ein bisschen hinter. Okay. So war ein guter Fisch. Das ist echt ein guter Fisch. Das ist sicher 2 Meter. Das ist ein guter Fisch. Echt. Cool. Das ist sicher 2 Meter Fisch. Der liegt da. Aber so unten liegen, bis du däppert. Schau dir das an, wie der unten liegt. Der liegt nicht, der schwimmt schon. Die treiben schon weg. Immer vom Motor weghalten. Bleib stehen. Okay. Du hältst dich alle immer weg vom Motor. Schau dir mal. Cool. Da ist ja die Sonne. Der hat immer noch Schmalz. Bis du däppert. Das ist ihr. Der hat immer noch Kraft ohne Ende. Wahnsinn. Ja. Vor allem, er ist unter dem Boot. Und nur von unten wegpumpen einmal. Da freu ich mich richtig. Super. Das taugt mir voll. Das taugt mir voll. Ja. Jetzt kommt er. Jawohl. Super. Und jetzt müssen wir nur mal schauen, dass wir ihn einfach nur so anheben. Ja, genau. Mal schauen, wo wir ihn das erste Mal sägen. Komm. Komm auf. Komm. Komm zurück. Ja. Wahnsinn. Wahnsinn. Der ist. Aber was steht. Ja. Hopp, 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 hopp. Schau, hopp, hopp, hopp. Ja. Nur anheben. Ja. Und bis du däppert. Bis du däppert. Ah, halt dich, was ich gesagt habe. Der hat es, glaube ich. Alter Schwede. Ah. Holden, wenn ich nicht zu einfach festhalten. Ja. Handschuhe weg. Ja. Ich will nix. Mit den Handschuhen kann ich gar nicht schützen. Schaut euch den Fisch ab. Das ist gut am Gelände. Unfassbarer Fisch. Der Handschuhe ist noch drin. Weg. Weg halten. Nein, nein, nein. Ja, 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 ja. Das steppert. Unglaublich. Was? Einen Handschuhen? Einen Handschuhen? Einen Handschuhen. Einen Handschuhen. Einen Handschuhen. Hopp, 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 hopp. Komm zum Wirbeln. Ja. Volle Konzentration. Nicht weiter. Nicht weiter, oder? Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Nein, nein, nein. Alter, schau dir den Fischer. Wie hoch der ist. Ja. Da tust du es bei mir alles zittert. Boah. Das ist so fast schon nicht zum Aufheben. Ich weiß nicht, bist du denn alleine überhaupt irgendwie? Einmal festhalten. Einmal festhalten, ja. 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 Halt ihn fest, Benni. Halt ihn fest. Lass ihn nicht mehr aus. Lass ihn nicht mehr aus. Alleine hat er keinen Schatz. Halt mir Hüfter, Benni. Komm. Ja. Gib mir die Kamera. Gib mir deine auch. Wollen wir den Handschick hoch? Nein, greif rein. Wollen wir keinen. Der ist ziemlich stark. Geh zurück ein bisschen. Lass locker. Geh zurück. Geh zurück. Geh zurück. Drei. Eins. Zwo. Drei. Jaaaaaaah. Halt ihn fest. Legt die Plane auf. Legt die Plane auf. Bist du zippert. Ui. Super Fisch. Eins auch. Ja, hey. Bis dann aus. Zwei Meter Sechzig. Echt eine schöne Färbung auch. Boah. Dies, dies kann man aus. Total starker Fisch. Gewaltig. So erlebst du sicherlich auch mal, ja. Ja. Perfekt. Boah. Für den geh ich gern Boden. Ja. Kein Problem. Hey, ich bin im... Heute angekommen. Ja, hey. Eineinhalb Stunden gefischt. Und der Fisch drauf. Unpackbar. Einen Meter haben wir bestimmt zwei Meter Sechzig gekriegt. Perfekt. Dann kommen wir wieder her, gell. Ja. Arbeit. Das WC ist super mit Verschuldung. Ja. Gewaltig. Gewaltig. Ich schau mal die Länge an. Ja. Neins Grad raus. Der Kopf. Ja. So. Noch weiter. Ja. Geht schon? Ein bisschen anschirmen und dann den Schwanz wieder entheben. Ja. Jawohl. Nein. Nur, dass er gerade bleibt. Ja. Nur, dass wir es sehen. Jawohl. Gehen wir noch ein bisschen nach und schauen, ob er schwimmt. Nein. Schau, tut's ja. Ja, ja. Hat er schon gesagt. Greifen nicht mehr an. Lass ihn alleine schwimmen. Das gut sein ؟ Ja. Ich sch sendiri. Ja.